So, ein herzliches Willkommen von meiner Seite zur nächsten Aufnahme-Session, Crisis! Die letzte Aufnahme-Session ist nicht so lange her. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben, deswegen laden wir das Ganze einfach. Und hoffen, dass wir es diesmal schaffen. Ich weiß nicht, heute bin ich vielleicht in besserer Form und hab vielleicht bessere Ideen, diese Wichser da aus Gefecht zu setzen, ja. Ich nehme schon wieder direkt seit gestern auf und ich weiß auch nicht warum, aber ich hab Bock drauf und deswegen mach ich sie einfach. Das Spiel ist geil und naja, ich hab ja noch einiges dann da, auf Crisis Warhead und so kann man ja auch schon mal dann irgendwann anfangen, wenn ich das hier schon durchgezockt habe. Ja, deswegen sind die Parts auch etwas länger, 16 oder 17 Minuten glaube ich, sind die Parts knapp lang vorher. Die Parts waren immer, aber schneide ich extra ein bisschen länger. Wenn ich eh so viel aufnehme, dann kann man das ruhig mal machen. So, Daten werden geladen, wir sind bei 100%, dann lass mich doch an die Tür! Wird's aber los! Ich will Unreal Tournament spielen! Nur um darauf nochmal anzuspielen. Na los! Ja, geht schon los. Ja, jetzt bräuchte ich mir diese Helikopter-Meldung, doch muss ich mich direkt wieder einer. Komm. Normand, hier war es schon 26. Das ist ja gar nichts, oder? Ich bin dabei, irgendwas hier zu tun, das wird wieder, äh, ja, das wird wieder so schwierig. Das ist eigentlich mein Auftrag. Sichern Sie den extra. Das trägt einer in meiner Nähe. Da müsste der sein. Da ist er auch. Ohohoho, der krieg ich, du krieg ich direkt auf die Frisse von dem, ey. Ich muss näher ran, sonst hab ich keine Chance. Ich will die Distanz die Leute stärker hoch. Ohoho! Ja, bang. Arschloch. Acht Schuss haben wir noch. Das ist auch so. Juhu, da ist direkt einer. Scheiße! Ihr seht, es geht direkt gleich so super weiter, wie es aufgehört hat. Nomad, da kommt ein KVA-Konvoi auf Sie zu. Ja, das ging diesmal deutlich schneller. Ja, das ist halt. Verstanden, wir brauchen ein bisschen Schutz und jetzt hier rum. Den ersten haben wir. Wir brauchen uns der nächste. Wohin. Wir brauchen noch einer. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben! Falls es Sie so irritiert, Sie sehen, wie billige Kopien aus! Eieieiee... Alter, da gibt aber auch ganz schön Schaden, also muss man einfach mal so sagen. Erstmal kümmere ich mich, glaube ich, an den hier? Komm mal her! Oh, sehen. Ich hab Angst. Scheiße. Scheiße. Ich weiß, was hier... Da vorne. Na los. Fuck, 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 fuck. Ich hab nur noch diese 15 Schuss. Damit müsste ich jetzt anderen lassen. Ich arbeite dran. Oh, scheiße. Ich hätte den Baum. Schnell, 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 schnell. Los, geh doch endlich. Verdammte. Boah. Fuck, 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 fuck. Okay. Okay. Wir sammeln unsere Truppen vor der Küste. Sobald sie zu unseren Jux gestoßen sind, geht's los. Ich hoffe, sie sind bereit für einen Krieg. Steigen sie in den Senkrechtstarter her. So, dass wir hier wieder hochkommen. Und gucken, dass ich da nicht erschossen werde. Und gucken, dass ich da nicht erschossen werde. Ja, ich hoffe, ich komme ja. Ich komme. Weiß man nicht, ich hab zwar nicht alle erledigt, aber Hauptsache. Endlich ist diese Mission fertig. So, wo kann ich denn hier? Ach so, dahin. Ja, endlich. Endlich. Ach, der Scheiße. Alles okay, Nomad? Ist deinem Namen ja alle Ehre. Schon vom Prophet gehört? Der Mistkerl wird mir fehlen. Was hältst du von der Sache? Wie es aussieht, war Jester doch nicht verrückt. Kann man so sagen. Ja, wir... Ja. Jester war nicht verrückt. Ja, endlich. Äh, endlich haben wir diese eine Mission da geschafft, die wir... ... das letzte Mal übelst gefailt haben, aber jetzt kommen wir weiter hier. Im Spiel. Mal gucken, wo... Ich weiß gar nicht, ob wir gut in der Zeit liegen. Aber mir ist es auch relativ egal. Ich spiele das Ding zum Spaß und nicht, weil ich hier... ...der Erste sein oder der, der es am schnellsten durchspielt. Das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht, weil es ja irgendwelche Asiaten gibt, die... ...das in 30 Minuten wahrscheinlich alles durchspielen, weil die übelst Hardcore spielen. Ja. Aber so ist das halt. Im Leben, es gibt immer welche, die besser sind. Oh. Das ist also der berühmte Nano-Suit, von dem alle reden. Ja. Ja. Man, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar. Aber scheiß Kämpfer. Du bist jetzt sicher gerne eine Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so'n Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind über dem Kampfgebiet. Da unten stehen ne Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde über den Gibi kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. Das ist gut. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Oh, verdammt nochmal. Munition. Ich hier irgendwie... Ich brauch was mir hier neue... Jaha. Wart mal. Lass mir die Waffen anstellen. Schall dein Bett hier ein. Scheiße. Ei, ne ne Taschenklampe... Töckische Haufsetzt... Söhe es... Wenn ich gleich noch an das... Verle wieder weg ass nie мас Dos, nähe. Hier berennt der Krieg kann man sagen. Ich laufe hinter dir her, kann man sagen. Warum auch immer Air-Vorläufe ohne Nanos-Zug? Wir haben ja hier die Nanos-Zug eigentlich. Sollten wir eigentlich vorlaufen, aber egal. Wow. Direkt neben uns. Ist das KVA? Oh ja. Das war glaube ich so unsere Gegner. Von daher eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie tot waren. Aber jetzt sind wir hier im richtigen Krieg. Aber wir haben immerhin Verbündete. Melden Sie sich bei Leutnant Bradley. Wo ist Leutnant Bradley? Ist das hier neuer Leidner? Das ist Bradley. Ja, so wichtig. Ich hab jetzt mal einfach nicht weg, weil... Ei, ei, ei. Ja. So, das hier ist... Ei, ei, ei. Die Koreaner haben im Hafen Flugabwehr Geschütze. Unsere Jets kommen nicht ran. Irgendwas stört unser Radar. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können. Klingt nicht unverschwierig. Machen Sie den Job? Sie haben ihn. Geheil. Ich hab schon wieder den schwierigsten. Ja, ja. Statt mich einfach so über Leutnant. Ja, das wäre auch mal... Zertrücken! Tschüss. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich so ne kleine Armee mitnehmen würde. So als Unterstützung. Da krieg ich ja wieder nicht. Was haben wir denn hier für schöne Muniz? Nein, ich möchte keine Schritte. War ich gehofft, dass hier irgendwer... Ja, danke. B1 ist nicht möglich. Besitzt? Ja. Der ist tot. Man muss immer so ein bisschen nach Munition suchen. Damit man auch welche hat. Sonst... enden wir so wie vorhin und sind am Ende der ein bisschen nach nach einer Munition mehr. Haben wir hier noch? Na, das kann man eben unterwerfen. Schön viel Munition. Das Ton ist eh voll. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Auto, ne? Und fahren erstmal in die Richtung hier. Hier ist auch ne schöne Straße. Endlich kann ich mal von durch die Auto fahren. Ach, krag dich an, dass Energiekrisches. Ah, dann kommen wir zu dem da hinten. Wahrscheinlich müssen wir auch nochmal in die andere Richtung. Oh, da ist ja die andere Fußabwehr. Oh, da ist ja die andere Fußabwehr. Das ist jetzt unfair. Uiuiuiuiuiui. Okay, aufsteigen. So. Mal gucken, wo sind die denn hier? Aber wir gehen in die falsche Richtung. Ist halt ihr richtig, oder? Der hat's hinter sich, okay. Ich glaub, es wäre vorteilhaft... ...eine Scharfschützen-Risier zu nehmen. Ach, da ist noch einer. Tschüss. Tschüss. So, jetzt werden wir ein bisschen was erledigen, ja, da ist noch einer. Tschüss. Tschüss. Tschüss, also Kopfschüsse sind immer die besten da von dem Amelis in Position. Och geil. So. Oh. Ja, das sollten wir wahrscheinlich nicht... Wo soll ich das denn am besten platzieren? Bei der Flugabwehr, ist das die Flugabwehr? Ich hoffe mal, dass das ein Mitglied ist. Alles klar, Norbert! 0.1! Schäufe ist erreicht. Überlegen wir noch was mit drauf. Oh! Wo auch immer. Nicht schon wieder ein Hubschrauber, ja. Nicht schon wieder. Wir sind mal bei der... Wonders hier. Wir haben gerade... Oh. Also was wir kein Auto haben, ist erstmal unser... Kleinstes Problem, glaube ich. Der Hubschrauber ist wieder einer unserer Probleme. Jaaa... Jaaa... Der Hubschrauber hat noch mehr. Und wir haben diesmal, glaube ich, keinen Rappierverläufer. Wollen wir mal direkt mal raus. Nööö! Nöööööööööööööööö. Nicht töten. Ja, geil. Warum kriegen wir schon wieder Pech mit einem Hubschrauber, ganz ehrlich, ey. Geil, ja. Aha, ballen wir uns direkt in die Frise, ey. Mund, 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 mund. Ja, genau. Wir haben auch übel die Chance gegen diesen Hubschrauber einmal mehr. Och, nööööööööö. Ey, das ist nicht schön. Weil dieser Hubschrauber ist so hochverpowered ohne Witz. Geht hier wieder irgendwie in den Raketenraum oder sowas. Zieht der jetzt vielleicht ab oder so? Der wäre eigentlich ganz geil. Halt jetzt laufen. Ja, klar. Auch nöhe. Also wenn irgendjemand weiß, wenn dieser scheiß Hübschrauber ausgeschaltet kriegt irgendwann mal, dann poste mal bitte einen Kommentar.